Musik Die Karrierechancen sind eigentlich sehr gut, weil man startet als Saisonlenker, hat dann auch die Möglichkeit, dass man fix übernommen wird und dann geht es weiter bis hin, dass man Disponent werden kann, Verkehrsplaner, also Unternehmen, alle Türen offen für jeden. Wir haben auch fahrzeugspezifische Weiterbildungen, damit wir immer am neuesten Stand sind und keine Überraschungen aufkommen. Wir sind sehr gut eingeschult worden und haben auch laufende Modulschulungen, da werden wir immer informiert über die neueste Technik oder halt andere interessante Themen, die unseren Beruf betreffen. Das Hotel und so weiter wird übernommen und man schaut bei uns im Unternehmen, dass wir immer am neuesten Stand sind. Einmal im Jahr vor der Saison haben wir dann ein Gespräch mit dem Chef, was gibt es noch, welche Änderungen, damit man dann eine Saisonlenker, wo man in die Saison startet, auch wieder top vorbereitet ist. Also wenn ich eine Idee habe oder mir fällt etwas auf während dem Dienst, dass man vielleicht irgendwas optimieren kann, dann ist der Chef für mich eigentlich der Erste, zu dem ich gehe und er hat auch immer ein offenes Ohr für uns.